Was ist die Basis meiner politischen Arbeit? Die Basis meiner politischen Arbeit ist der persönliche Austausch und Kontakt mit den Menschen hier vor Ort im Landkreis Hamburg. Ob als Trainerin, beim Deutschen Roten Kreuz oder in der Nachbarschaft, hier bekomme ich ein Gespür für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Ich stehe für eine soziale, engagierte und bürgernahe Politik. Seit 2013 vertrete ich als SPD-Bundestagsabgeordnete den Landkreis Hamburg in Berlin. Und ich will mich weiterhin einsetzen für die Menschen. Von Tespel bis Tostedt, von Egesdorf bis Rosengarten. Mit Optimismus, Erfahrung und sozialdemokratischer Leidenschaft. Mit der Einführung der Grundrente und der beitragsfreien Kita für Kinder ab drei Jahren, sowie der Abschaffung des Solis, haben wir in den letzten vier Jahren viele Verbesserungen für die Menschen erreicht. Dass Grundschulen in Winsen und in Ställe die Ganztagsbetreuung schneller ausbauen können. Dass das Waldbad in Hanstedt und das Hallenbad in Neugulmsdorf mehr Mittel für die Modernisierung erhalten. Oder dass Kiekeberg-Museum mehr Geld bekommt. Und wir auch einen Schritt weiter sind hin in eine tierversuchsfreie Gesellschaft. Dafür habe ich mich in den letzten Jahren erfolgreich eingesetzt. Ich will, dass der Landkreis Hamburg lebenswert bleibt. Und dass wir gemeinsam die Zukunft unserer Region gestalten. Ich trete an für einen Zusammenhalt, der mehr möglich macht. Beste Gesundheit und Versorgung für alle. Wohnraum für die Menschen, nicht für den Markt. Modernste Infrastruktur von Breitband bis Bus und Bahn. Für eine soziale, engagierte, bürgernahe Politik für alle im Landkreis Hamburg. Für uns. Und deshalb am 26. September Svenja Stadler und die SPD wählen. Und deshalb am 26. September Svenja Stadler und die SPD wählen. Wie geht der Standort? Vielen Dank.